Willkommen zum Börsencocktail der Finanz und Wirtschaft. Freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir etwas ganz Besonderes. Wir haben Matthias Henni hier im Studio. Er ist der Chief Investment Officer von Balloas. Und er wird euch erzählen, wo die Märkte hingehen, vielleicht auch wie die US-Wahlen ausgehen und wie man dann konkret investieren kann. Davor habe ich noch einen kleinen Aktientipp und wir legen gleich los. Zuerst, wie versprochen, der Aktientipp. Das ist eigentlich ein Aktientipp aus der Redaktion der Finanz und Wirtschaft, weil wir uns gerade entschieden haben, statt Novartis auf Roche zu setzen. Das ist für einige vielleicht ein bisschen überraschend. Novartis ist gerade auf einem Allzeithoch oder nahe dran und haben auch einen total guten Run gehabt. Und wir haben die auch schon lange empfohlen, aber jetzt wechseln wir sozusagen das Lager. Das liegt an verschiedenen Faktoren. Einer ist mal die gute Entwicklungspipeline von Roche und die haben die vor allem dank sehr, sehr guten Zukäufen gekriegt. Dann, und das ist ganz wichtig, das birgt auch ein bisschen Risiko, aber es gibt einige Studienergebnisse, die in den nächsten Monaten reinschneiden werden. Und wenn die gut sind, dann kann Roche nochmal so richtig anziehen. Und dann natürlich die Diagnostik-Sparte von Roche. Das ist so ein bisschen das Juwel. Die läuft auf Hochtouren und deswegen finden wir bei der Finanz und Wirtschaft im Moment, Roche ist Novartis zu bevorzugen, ist ein klarer Kauf. Matthias, ich weiss, du beschäftigst dich auch unter anderem mit den Pharmawerten und Roche hast du dir auch schon angeschaut. Bist du jetzt da total anderer Meinung? Nein, wir sind gleicher Meinung. Wir haben Roche übergewichtet, aus den gleichen Gründen, die du angesprochen hast. Zusätzlich kommt noch ein stärkeres Kostenbewusstsein. Das wurde ja am Investorentag kürzlich angekündigt. Roche ist auch relativ günstig bewertet, hat dennoch einen hohen Return on Equity und insgesamt führt das zu einem überdurchschnittlichen Dividendenrendite, weswegen wir eben Roche übergewichtet sind. Also eine doppelte Roche-Empfehlung. Was wollen Sie mehr als Kaufsignal sozusagen? Jetzt, um Aktien zu kaufen, ist es natürlich immer noch besser, wenn der ganze Markt auch ganz gut läuft. Jetzt haben wir seit Mai so ein bisschen eine enttäuschende Entwicklung gehabt. Also enttäuschend heisst jetzt hier mal flat, plus minus. Und wir kennen ja alle den berühmten Spruch der Jahresendrallye. Jetzt sind wir hier schon im Oktober. Wie werden sich denn die Aktienmärkte entwickeln? Und können wir uns möglicherweise auch auf eine Jahresendrallye freuen? Also im Vergleich zum ersten Halbjahr haben wir jetzt natürlich mehr Risiken, nachdem der Markt schon einiges gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz sind wir positiv auf Aktien. Dies aus zwei Gründen. Zum einen sind wir in einem Zinssenkungszyklus in den USA. Und das ohne, dass eine Rezession ansteht. Und das ist eigentlich historisch gewesen. Immer ein sehr positives Umfeld für Aktien. Zweitens haben wir Stimuli aus China. Die ersten Massnahmen, die angekündigt worden sind, haben schon zu einem Kursfeuerwerk von 25 Prozent geführt. Und weitere Massnahmen sind zu erwarten. Natürlich gibt es auch kurzfristig Risiken, wie die Präsidentschaftswahlen in den USA, die anstehen, sowie die ungeklärte Situation in Nahost. Aber insgesamt überwiegen die zwei positiven Faktoren für den Aktienmarkt. Und das könnte tatsächlich zu einer Jahresendrallye führen. Gute Nachrichten. Gehen wir nochmal auf die einzelnen Punkte kurz ein. Zinssenkung in den USA. Du hast gesagt, wir befinden uns in so einer Phase der Zinssenkung und auch ohne große Rezession. Jetzt ist da so ein bisschen Zweifel aufgekommen, wie stark denn diese Zinssenkungen denn wirklich noch sein werden in den USA. Man sieht da immer wieder Schwankungen. Mehrere Zinssenkungen, dann doch keine Zinssenkungen. Wo stehen wir denn? Und führt das am Schluss wirklich zu diesem berühmten Softlanding, dieser weichen Landung der Wirtschaft, wenn man so will? Also wir gehen in der Tat von einem Softlanding aus. Die Wirtschaftsdaten sind auch sehr positiv. Also die Arbeitsmarktdaten im September haben eine rückläufige Arbeitslosenquote. von 4,2% auf 4,1% gezeigt. Die Anzahl der neu geschaffenen Stellen mit 254.000 war deutlich über den Erwartungen von 125.000. Gleichzeitig wurden auch die Juli- und die Augustwerte nach oben revidiert. Also der Arbeitsmarkt präsentiert sich in sehr guter Verfassung. Auf der Inflationsseite sind wir mittlerweile bei 2,2%. Also Inflation ist nicht mehr das grosse Thema. Und das eröffnet natürlich auch wieder die Möglichkeit für weitere Zinssenkungen. Jetzt haben wir Anfang November noch dieses klitzekleine Ereignis, die US-Wahlen. Da sind sich die Leute ziemlich uneinig, wie stark der Einfluss dieser Wahlen, egal wer gewinnt, dann wirklich auf die Aktienmärkte sind. 5. November ist es soweit. Sollen wir uns da warm anziehen, je nachdem welcher Kandidat gewinnt? Oder was ist deine Meinung? Also ich denke, die Risiken sind eher kurzfristiger Natur. Das ist meistens bei Präsidentschaftswahlen. Und jetzt gerade, wo wir so ein Kopf-an-Kopf-Rennen beobachten, besonders kann es kurzfristig in die eine oder andere Richtung gehen. Aber längerfristig hat das weniger Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Also aus der Perspektive macht es wenig Sinn, sich jetzt da irgendwie zu positionieren. Jetzt nähern wir uns mal deinen Investment-Tipps. Jetzt gehen wir erstmal von der geografischen Lage aus. Welche Bereiche, geografisch gesehen, bevorzugst du denn im Moment? Also wir haben ein Übergewicht in den Schwellenmarktländern und in Schweizer Aktien. Bei den Schwellenmarktländern ist die tiefe Bewertung, die hilfreich sein wird. Und andererseits zusätzliche Stimuli, wie schon erwähnt, aus China. Bei den Schweizer Aktien gibt es ein gewisses Aufholpotenzial. Und wir finden auch dort die Qualität, die wir jeweils suchen. Und gerade wenn es jetzt trotz dem positiven Umfeld mal dennoch zu einer Korrektur kommt, ist man mit dem Schweizer Markt, der ja einen defensiven Charakter hat, relativ gut aufgestellt. Zum Schweizer Markt kommen wir noch gleich. Du sagst Schwellenländer. Was meinst du denn genau damit? Würdest du sagen, breit streuen, vielleicht mit einem ETF? Oder sind da gewisse Märkte, die du noch mehr bevorzugst? Also grundsätzlich breit streuen mittels ETF ist sicher mal die beste Variante. Wenn man einzelne Expertise hat in verschiedenen Märkten oder einzelne Titel bevorzugen will, kann man das machen. Man muss sich einfach der riesigen bewusst sein. China zum Beispiel zählst du auch zu den Schwellenländern? Ja. Und bist du da auch positiv? Also diese Stimuli, die du erwähnt hast, glaubst du, das hilft jetzt der chinesischen Wirtschaft? Das wird helfen. Und der chinesische Aktienmarkt, also trotz dem Sprung von 25 Prozent, ist der chinesische Aktienmarkt immer noch relativ günstig bewertet. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer ins Detail. Also vielleicht Branchen. Und dann, glaube ich, hast du auch noch einen zusätzlichen Aktientipp mitgebracht. Welche Branchen sind denn im Moment zu bevorzugen? Also bei den Schweizer Aktien bevorzugen wir Pharma, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und Industrie. Das sind die Branchen, wo wir am meisten Qualität finden bei einer vernünftigen Bewertung. Also genau das, was wir brauchen, um langfristig die richtige Rendite zu erzielen. Wenn du Industrie sagst, das heisst also, du glaubst, die Schweiz wird sozusagen die Exportnation mit dem Erfolg bleiben oder vielleicht sogar gerade in der nächsten Phase dort besonders positiv überraschen? Ja, also es gibt keine Gründe, wieso das nicht mehr so sein sollte. Und da kann ich vielleicht gleich den Aktientipp hinterher schieben. Als Einzelaktientipp habe ich Inficon mitgebracht. Inficon ist ein Halbleiterzulieferer. Es handelt sich um einen Hidden Champion aus der Schweiz, konkret aus Bad Ragaz. Inficon produziert hochmoderne Vakuum-Präzisionsmessgeräte und profitiert vom allgemeinen Aufschwung in der Halbleiterbranche. Es handelt sich um eine typische Wachstumsaktie mit rund 10% Umsatzwachstum jedes Jahr. Gleichzeitig haben sie eine hohe Return on Equity von 30% und das bei einer schuldenfreien Bilanz, was von der hohen Qualität dieser Aktie zeugt. Inficon, Sie haben es gehört, Kaufempfehlung. Du hast gerade vorhin gesagt, das hat mich ein bisschen überrascht, Industrie, was soll denn da schon passieren? Oder sowas in die Richtung. Jetzt haben wir ja diesen Franken und irgendwann, wenn der Franken zu stark wird, dann wird es dann auch schwierig. Vielleicht nicht für solche Spezialisten wie Inficon. Da könnte es noch sein, dass die Preisfindung nicht so eine Rolle spielt. Aber da gibt es doch andere, die haben dünne Maschen und wenn der Franken dann zu stark wird, dann wird es schwierig. Denkst du das auch? Beziehungsweise was denkst du, was passiert denn mit dem Franken? Der Schweizer Franken hat historisch immer aufgewertet. Langfristig ist das ein klarer Trend. Da haben die Firmen mit einer hohen Marge, mit einem hohen Return on Equity immer davon profitiert. Deshalb setzen wir auch auf hohe Qualität. Jetzt was die weitere Entwicklung des Schweizer Franken anbelangt. Wir gehen davon aus, dass diese Frankenstärke jetzt kurzfristig noch weitergehen könnte. Eben wie erwähnt haben wir sinkende US-Dollar-Zinsen. Wir haben eine rückläufige Konjunktur in den USA. In Euroland sieht das ähnlich aus. Das spricht jetzt grundsätzlich eher wieder für einen stärkeren Schweizer Franken. Und dies eröffnet ja auch der SNB dann wiederum die Möglichkeit, Zinsen weiter zu senken, da die Inflationserwartungen dadurch zurückgehen. Noch tiefere Zinsen per se rein, wenn man auf den Coupon schaut, ist das nicht unbedingt ein Good News für Obligationen. Kursseitig ist das was anderes. Aber wenn ich jetzt mir eine Obligation sichern möchte, so ein bisschen als Ausgleich auch zum Aktienmarkt, weil das sollte man nicht vergessen, ist immer ein guter Hedge bzw. eine gute Diversifizierung. Wo im Obligationenmarkt ist es denn im Moment doch noch interessant? Also wir sehen am ehesten im Bereich Investment Grade in Schweizer Franken. Dort werden noch vernünftige Renditen bezahlt. Wenn wir uns in Fremdwährungsanleihen bewegen, dann fressen allein die Absicherungskosten diesen Vorteil wieder auf. Daher setzen wir ganz klar auf Schweizer Franken-Obligationen. Allerdings muss man natürlich sagen, die Zinsen sind schon deutlich tiefer als vor einem Jahr. Der zehnjährige Eidgenosse ist bei 0,5 Prozent, also 60 Basispunkte tiefer als vor einem Jahr. Und das ist natürlich dann in der relativen Bewertung gegenüber Immobilienfonds wiederum interessant für Immobilien. Also die durchschnittliche Dividendenrendite von Immofonds beträgt 2,5 Prozent. Damit sind wir schon zwei Prozentpunkte höher als bei einem Eidgenossen. Und zusätzlich hat man noch den Inflationsschutz bei Immobilien, was ja bei Obligationen nicht der Fall ist. Also wird Immobilienfonds durchaus als Ersatz für einen Eidgenossen werten? Genau, also durch den Zinsrückgang ist dieser Switch von Obligationen zu Immobilien, das hat wieder neue Fahrt aufgenommen. Und das wird ein weiterer Trend sein in der näheren Zukunft. Bin ich gespannt. Ich fasse mal zusammen. Roche als Kaufempfehlung, Inficon auch als Kaufempfehlung, Schweizer Markt, Schwellenländer und interessanterweise Immobilienfonds auch so ein bisschen als Switch raus aus dem Eidgenossen. Da wären wir schon wieder am Ende von unserem heutigen Börsencocktail. Sagt uns doch, was euch gefallen hat, was ihr noch mehr möchtet, welche Aktien wir besprechen sollten und vielleicht auch in welche Märkte wir eintauchen sollten, ein bisschen tiefer. Vielen Dank, ihr könnt kommentieren und ich würde sagen, danke Matthias und bis zum nächsten Mal.